Mit dem SIMATIC PN Bugnet Link können Sie Ihre SIMATIC mit dem Netzwerkprotokoll Bugnet IP für Gebäudeautomation verbinden und bis zu 1000 Datenpunkte anbinden. Wir starten in der Netzwerksicht des TIA-Portals. Als Steuerung dient eine SIMATIC S7-1500. Das Hardware Support Package für den SIMATIC PN Bugnet Link wird im Siemens Industry Online Support Portal als Download bereitgestellt und ist bereits installiert. Wir öffnen den Hardwarekatalog und finden den PN Bugnet Link unter Netzkomponenten Netzübergänge. Über Doppelklick fügen wir ihn in die Netzsicht ein. Der PN Bugnet Link ist ein Profinet Device und muss einem Controller zugeordnet werden. Wir klicken auf Nicht zugeordnet und wählen unsere S7-1500 aus. Daraufhin wird eine Profinet-Verbindung angelegt. Über Doppelklick auf den PN Bugnet Link gelangen wir zu dessen Gerätesicht. Über erneutes Anklicken öffnen wir die Eigenschaften. Durch Anwahl des Menüpunkts Generate PLC Tags in den Eigenschaften werden automatisch die PLC Tags erzeugt und entsprechend benannt. Diese Option ist per Default ausgewählt. Unter dem Menüpunkt Profinet Interface Ethernet Address kann man die IP-Adresse ändern. Unter dem Menüpunkt Bugnet können die Eigenschaften für Bugnet konfiguriert werden. Zunächst muss eine IP-Adresse vergeben werden. Dazu wird die Bugnet IP Interface Einstellung aufgerufen und eine IP-Adresse konfiguriert. Diese muss im Netzwerk eindeutig sein. Es kann ein Default Gateway angegeben werden, da die Telegramme routingfähig sind. Die Portnummer wird für die Kommunikation verwendet und ist gültig für Server und Client. Der Port 47808 ist der Standard-Bugnet-Port. Die Netzwerk-ID ist die eindeutige ID des Bugnet-Netzwerks. Um das Gerät als Bugnet-Server zu konfigurieren, wird in den Server-Eigenschaften eine eindeutige und einzigartige Instanz-ID sowie ein Name vergeben. Mit diesen Einstellungen wird das Gerät als Objekt im Bugnet-Netzwerk dargestellt. Nach Abschluss der Einstellungen wird die Konfiguration als EDE-Datei exportiert und kann dann von jedem Bugnet-Client eingelesen und für die Kommunikation verwendet werden. Vorher müssen aber die EA-Objekte angelegt werden. Diese können von Clients gelesen und beschrieben werden. Dazu wird in EA-Objekten ein neues EA-Objekt definiert. Möglich sind Binary-IO und Analog-IO. Für Analog-Werte kann eine Einheit und ein Schwellwert für Wertänderung vorgegeben werden. Über den Dialog EDE-Data in den Server-Eigenschaften wird die fertige Konfiguration des Servers als EDE-Datei exportiert. Wir wechseln in die Netzsicht und fügen einen neuen PN-Bugnet-Link ein, welchen wir als Client verwenden wollen. Über Doppelklick kommen wir in die Gerätesicht. Hier kann man unter Profinet-Interface die IP-Adresse einstellen. Der erste Schritt für die Projektierung des Bugnet-Clients ist die Einstellung der IP-Adresse, Port und Netzwerk-ID, analog zum Server vorher. Im Client wird die nun zuvor exportierte EDE-Datei importiert. Wir wechseln in die Netzsicht und laden die Konfiguration. Alternativ zum Importieren der EDE-Datei kann man nach Bugnet-Geräten suchen. Dies macht man in den Eigenschaften des Clients unter dem Punkt Client Find Backnet-Devices. Bei der Suche kann man den Bereich der Instanz-ID angeben, in dem gesucht werden soll. Wenn die Suche erfolgreich war, sieht man in den Ergebnissen die Bugnet-Geräte und man hat die Möglichkeit, die Daten im Client hinzuzufügen. Damit ist die Inbetriebnahme des Bugnet-Geräts abgeschlossen.